Ja liebe Leute, ihr seid mir ganz recht herzlich gegrüßt zu einer weiteren Jam Session mit Amadeus Rockstein und Susi Flash. Wir sind ja hier noch stattlichst am Malen und ich hab mich jetzt erstmal dazu durchgerungen. Wir schicken das mal ganz kurz ab. Ich möchte einmal kurz den Haushalt wechseln und mal zu der guten Susi mir da die Hütte ein bisschen angucken etc. Gehen wir auf Stadt bearbeiten. Wir speichern das erstmal nicht. So, zawupp. Da sind wir. Okay. Flash. Gut, wo mache ich das nochmal? Blabblabblab. Zu diesem Haushalt wechseln. Genau. Wir möchten wechseln. Jawohl ja. Okay, in Ordnung. Wir möchten auch nicht speichern. Möchten direkt in die Sache reingehen. So. Was ist mit der guten Susi? Sie rockt erstmal einen ab. Ich wollte mir ganz kurz die Wohnung angucken. Die scheint ein bisschen größer zu sein als die von Amadeus. Wobei... Ja, die ist nicht schlecht. Wir machen mal ganz kurz. Wir haben ja noch einiges an Kohle. Etc. Hier Fernsehen die Scheiße erst mal verkaufen. Verkaufen. Gut, das können wir da mal in die Ecke stellen. So, okay. Weil jetzt müssen natürlich hier als allererstes ein paar Instrumente anstarrt. So, schöne gute E-Gitarre. Dann würde ich sagen, ein Bass. Ja, bin immerhin eine helle Option. Okay. Das stellen wir gleich sowieso alles ins Inventar. Wie sieht denn das eigentlich hier aus? In Rot. Ja, auch nicht schlecht. So. Okay. Was brauchen wir noch? Wobei, ganz kurz mal gucken. Erst mal das jetzt erstmal hier ins Inventar packen. Inventar. Guck, hier hat auch ein Auto. Das ist echt unglaublich. Die Sims, wenn du die so wechselst, die haben immer alle eine Karre. Nur man selbst hat keine Karre, wenn man anfängt zu spielen. So, was brauchen wir noch? Ach nee, Schießbude. Rock'n'Roll. So, ein Schlagzeug. Oh, blöd mit Auge. Das sieht doch ganz gut aus. Fähigkeit-Trag, das ist so geil. Ja, super. Nehmen wir. Okay. Das war's. So, was hat's denn hier sonst noch so im Inventar? Zawupp. Immer noch cool. Am Abgrund, okay. So, das Kauka. Warum immer das? Ich kann's dir nicht sagen. Ich weiß es nicht so. Sie freut sich in Loch im Bauch, weil sie schöne neue Sachen hat. Das ist gut. Mit einem anderen Sim Jam Musikkarriere einschlagen. Okay. Ja, das könnten wir eigentlich direkt mal machen, weil sie will ja eh ein Rockstar werden. Und Rockstar muss natürlich auch entsprechend die Rockkarriere hochkledden. So, warte mal. Suchen wir ihren Job, suchen wir ihren Job, suchen wir ihren Job, suchen wir ihren Job. Ich, äh... Oh, guck mal, hier gibt's sogar einen Swimmingpool. Cool. Ach, das gehört wahrscheinlich zu dem... Zu der Kneipe. Ich glaub, das ist die Wassermann-Suite. Ich weiß es auch nicht genau. So. Was hat sie schon an Fähigkeiten? Gitarre ein. Das ist natürlich ein bisschen mager. Stimmt. Eine Stafflei müssen wir auch kaufen. Richtig. Ganz wichtig. Zentral für einen Günstler. Der braucht natürlich Malobjekte. So, okay. Genau, da war es Pfannekuchen, da war Blö. Benutzerdefinierte Musik. Okay, sie hat noch gar keinen... Wobei, ich denke mal, dass die auf Dauer sowieso zusammenziehen werden. So, nehmen wir hier mal den weißen Ghetto-Blaster, kriegen wir den da hinten. Super. Okay. Tja, was machen wir? Suchen wir uns einen Job, suchen wir uns keinen Job? Das Problem ist, wenn wir uns natürlich jetzt einen Job suchen, dann ist sie natürlich zeitlich auch ein bisschen gebunden. Das heißt, wir können dann mit Amadeus nicht so viel starten. Wobei ich trotzdem versuchen werde, wenn sich die Sache ergibt, mit ihr zusammenzuziehen, weil dann ist es immer besser, zwei Zins zu steuern. Das ist einfach lustiger. Problem an der Sache ist, ich mag die von Amadeus auch nicht sehr gerne, insofern denke ich mal, werden wir dabei bleiben. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns suchen einen Job, Musikkarriere starten, Rock'n'Roll. Wir sind zum Rock'n'Roll, wir sind zum Rock'n'Roll, zum Rollen verdonnert. So, wo bist du? Hallo? So, ich hoffe, dass das heute ein bisschen ruckelfreier läuft. Also letztes Mal war es ja ziemlich bescheiden, sagen wir es mal so. Das hat ja geruckelt ohne Ende. Noch sieht sie relativ gut aus. Ich habe ein paar Sachen geändert. Was will sie hier malen? Musikkarriere, okay, das kriegen wir hin. Wobei das ganz nett hier aussieht, ne? Okay, sie schlindert schon mal hier nicht. Der Zeitungsbubi. Zachary, okay. Und sie hat eine Karre. Cool. Ist natürlich nicht so schön wie unsere rote Zitrone, aber gut. So, wir wollen Rock'n'Roll werden. Ich bin die Rock'n'Roll-Braut. Susi Flasch ist mein Name. Und ich will Rock'n'Roll-Star werden. So, verfügbare Jobs. Fan, okay, wir fangen als Fan an. Schaffst du es, die Massen zu rocken und den Seiten deiner Gitarre wunderbaren Weisen zu entlocken? Bei dieser Karriere werden sowohl deine musikalischen Talente als auch dein logisches Geschick auf und hinter der Bühne auf die Probe gestellt. Was ist mit Logik zu tun, weiß ich jetzt zwar nicht ganz genau, aber nun gut. Wir sagen mal, wir nehmen das Ganze an. Wir wollen Rock'n'Roll werden. So, okay, zack. Was machen wir jetzt noch? Wir machen jetzt noch Folgendes. Und zwar, wie ich des Öfteren betonte, mit Kunst ist ein Vermögen zu verdienen. Infolge dessen werden wir an Malerei-Unterricht teilnehmen. Ich verstehe das nicht, dass die alle ein Auto haben und wenn einer meine eine anfängt, nicht eine Karre. Du musst dir so einen Kopf machen. U-Bahn, Bus, U-Bahn. Naja. Oh, es wird doch eine ganz schöne Ecke zu vorne. So, Miss Flutsch. Dann machen sie das mal klar. Okay, so. Wie geht ihr? Noch ganz gut. Ja, ganz genau. Das sehe ich auch so. So. So, Rock'n'Roll. Und fertig den Scheiß. Jetzt möchte sie die Kunstgalerie besuchen. Das haben wir mit Amadeus auch gemacht. Äh. Wo hatten wir die Kunstgalerie nochmal? Ach, herrje. Da ist sie. So, dann gehen wir nochmal kurz hin. So. Okay. Okay. Okay, da ist sie. Sie möchte ein Gig spielen. Das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Aber kein Problem. Hier sind wir auf jeden Fall in der Kunstgalerie. Okay, so. Und jetzt werden wir die ganze Sache nämlich mal wieder ändern und gehen zurück zu Amadeus. Und hoffen, dass, ähm, so, speichern. Yes. Wir wollen das speichern. Und dann hoffen wir mal, dass wir das dann doch so hinkriegen, dass sie relativ zügig zusammenziehen, dass wir zwei Sims am Start haben. Selbst wenn die Guteshuse jetzt immer arbeiten muss. Ähm. Das hält sich, denke ich mal, zeitlich noch alles in Grenzen, sodass man halt ein bisschen was machen kann. Und, ähm, naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich, äh, muss nur irgendwie versuchen, klarzukommen, damit das die scheiß Speicherei hier gar nicht aufhört. Nur mal Kinder. So. Und auf jeden Fall, ähm, gehen wir zu Amadeus zurück. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich möchte halt, dass die doch relativ schnell zusammenziehen. Damit, meine Fresse, Alter, nun speicher dir hier keinen Wolf, mach fertig da. Hach. Alter Falter, was machst du hier für'n Dreck? Naja, wie dem auch sei, Speicher, Speicher, wunderbar. Er scheint fertig zu sein. So. Okay. Äh, bipp, 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 bipp. So. Äh, wo haben wir einen Amadeus? Amadeus? Amadeus. Rockstein. So. Zu diesem Haushalt wechseln. Yes, we want. Okay. Fortfahren. So. Oh, was macht der gute Amadeus erst? Derweil in den Park spaziert und zupft einen gepflegten Bassdarm. So. 25 Pfeifen will er verdienen. Im Park Gitarre spielen. Ja, dann mach das doch direkt mal. Was sitzt du denn am Bass, wenn du Gitarre spielen willst? Das ist auch ein kleiner. Blanca Köster, yay. Inventar. Rock'n'Roll. Haben wir noch was zu lernen? Ja, Flamenco-Fieber. Machen wir doch direkt mal. Ah, hier die gute Miss Varela schreibt wahrscheinlich wieder eine Story. Das verdammte Handy bimmelt schon wieder. So. Ein Amadeus im Käfig. Ah, schöner Hall in der Klampfe. Flamenco-Fieber. Okay, sie freut sich grad'n... Loch im Bauch. Yeah. Science-Fiction-Roman schreiben. Neue Kompositionen sind wir grad bei. Werbung für Gedenke. Ja, Amadeus. Hier spricht deine Agentur. Bla, bla, bla. Der Besitzer der Banzai Lounge hat gehört, wie berühmt du bist. Klar, den Drink nehmen, wo immer. Wir wissen, das wird nicht schlecht bezahlt. Ja, nun krieg ich mal wieder ein Torde hier. Alles gut. Wen haben wir hier? Ah, Mr. Raphael Stryker. Ja, das klingt jetzt schon ein bisschen spanisch. War eher südamerikanisch, aber trotzdem. Ein bisschen Blues mit rein. Okay. Ich glaub, auf einer normalen Akustikgitarre hätte sich das doch ein bisschen anders angehört. Er kommt hier. Okay, haben wir geschafft. Ja, super. Heide Witzka. Wunderbar. So, 25 Pfeifen, das sollten wir irgendwie hinkriegen. Mit einem anderen Jim. Sim Jimmen. Okay, ähm, wir gehen jetzt erstmal wieder kurz nach Hause. Ich will mich mal ganz kurz orientieren. Zawupp. Aber ist ja kein Problem, denn wir haben ja die rote Zitrone. Mit einer wunderschönen blauen Tür. Ach, ist das nicht herrlich. Yeah. So, haben wir denn hier noch Ja, die Pommes. Hier hat jemand gesagt, wenn man hier die Oh, Rechnung bezahlen. Das können wir vielleicht direkt mal machen. Wenn man hier das auf statische Bedürfnis stellt, wäre das ein bisschen cooler. Das können wir gleich mal probieren. Dann braucht man das nicht immer so zu machen. Wobei, ich glaube, da stehen die immer noch ziemlich dumm in der Gegend rum. Und machen ohne Anweisung gar nichts mehr. Ja, wir können uns das mal ganz kurz angucken. Äh, wen haben wir denn hier? Cassin Klüver, Barmixerin. Okay. Die läuft hier im Swimdress rum. Cooler Barmixerin. Im Bikini. So. Kurz mit Päusken. Okay. Wir machen gleich. Wir machen jetzt, weil Sie mich nicht äußern. Willkommen zu sehen? Wir machen jetzt.